Es war mal ein schöner, goldener Herbstanfang, als die goldenen Birnen runtergefallen sind, gab Herr Riebeck die goldenen Birnen an die Weinenkinder. Lüge dir, komm mal rüber, ich hab ne Birnen. Oh, danke Herr Riebeck. Ich nehme lieber richtig viele Birnen mit für meine Familie, damit sie wissen, wie lecker es ist. Oh nein, Herr Riebeck! Eine Biene kriegst du mit ins Grab. Hier, Herr Riebeck, ein schönes Anleiten für dein gutes Leben. Ey, geh weg von meinen Bienen rum, aber sofort, die goldenen Birnen gehören mir. Lüge dir, komm mal rüber, ich hab ne Birnen. Ohne Geisterstimme!